Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt mich hier tiefgebein gelockt mit den Paul, Lars und Mario. Nichts ist hier, Leute. Guten Tag. Nur, ich weiß jetzt nicht, wo die Konsorten sind. Wie ich mich hier einlade, wie die mich einladen, oder? Warte, ich bin mal. Was sind das jetzt? Habe ich hier Kontrollraum entsperrt? Ja, ja. Neue... Ach, cool, ich kann so ein Standgeschütz hinbauen, aber geil. Wie kann man eigentlich Fähigkeitspunkte aktivieren? Das geht noch nicht, ne? Da steht immer so ein Beta oder so, ne? Da drückst du Escape und gehst dann auf Fähigkeiten. Ja, bei mir sagt er da aber gerade, das ist ne Beta, die kann ich nicht aktivieren. Vielen Dank, dass ich die Beta gespielt habe. Wuuuuh! Doch, normalerweise sollte es funktionieren. Das ist aber mal nett, dass mir jemand sagt, ey. So, warte mal. Fähigkeiten. Fähigkeiten fliegen rein. Schnell jetzt, Fähigkeiten. Okay. Anlegen mit Leertaste. Inventar. Auf der rechten Seite sind die Dinger, ne? Einen Pulsgeber. Habe ich doch. Achso. Junge Lars, ich kann jetzt ein Standgeschütz bauen. Wow. Ja? Anscheinend? Nein. Ach, das sind alles Basisdinger. Cool, da kann ich den jetzt auch, äh, anlegen, ne? Oh, ich hab, oh, mir fehlen 20 Punkte, Alter. Da kann ich hier in die Apotheke-Dings machen. Ja, ich auch. Der ist halt nicht verfügbar. Ach, ich verkauf erst mal. Verkaufen, 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 verkaufen. Kann mich einer von euch einladen? Warte, mach ich rein. Ja, mach ich. Bin ich dann direkt bei euch, aber dann hab ich ja voll viel verpasst. Moment. Du hast gar nichts verpasst. Wo seid ihr denn? Er hat doch viel verpasst. Spielersuche. Ich guck mal, wo du bist. Mr-Volksbank. Ich hab dir doch ne Anfrage geschickt, das hast du ja bis heute nie angenommen. Achso. Mr-Volksbank. Oh, ja, mein Charakter ist cool. Mr-Volksbank, add to France. Jo. So, Anfrage ist raus. Oh, cool. Und was muss ich jetzt machen da oben? Links Shift F2. Oh, jetzt machst du ne geilere Rüstung. Da müsstest du die Anfrage sehen. Laminierte Holster, ich mach's. Decks und überspielen, hä? Links Shift. F2, drück, ich geh nicht. Da kommt normalerweise Uplay, äh. Hm. 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 Kann ich in Uplay? Ah, nee. Ah, das ist ja blöd. Ich komm mit diesen laminierten Holster. Aber eigentlich müsste man dich auch hier hinzufügen können. Im Gruppenspiel selber, aber wie das funktioniert, das kann vielleicht nur Paul, der, der... Ich hab ne Spielersuche, warte mal. Ich kann noch bestimmt... Nee, ich brauch den als Freund. Ah, okay. Geh automatisch flüssen ein. Äh, Legende, auf Klicks, kann ich nicht irgendwie suchen? Freude suchen. Ah. Gruppe. Gruppe? Wo bist du denn jetzt? In deinem, in deinem Flügel? Wo bist du? Nee, einfach bestimmt noch irgendwo. Ich bin jetzt hier bei Chelsea vorbei. Ich lauf grad diesen Faden hinterher. Und ich war da, wo Lars den Hund getötet hat. Ich hab jetzt ne Mini-Geschütze aufgestellt. Nicht anhalten. Vermitteln. Hey. Wie wär's, wenn wir alle mal tief durchatmen? Hier. Hier ist der Hund. Siehste? Oh. Was macht der? Nicht genügend Währung. Ach, Lava. Mir fehlt noch... Nee. Ach, Scheiße. Ach, Herrje. Wo steht denn mein Geld? Ach, da. 1.300. Ich brauch, äh... 2.300. Kann das sein, dass der mich angreifen will? Nee, der haut ab. Nee. Normalerie friedlich. Ich hab mich angebellt. Ach, bist du noch dort hinten in der Dingsie? Das hab ich mir angehen. Ja. Ich komm jetzt aber raus. Ja. Ach, ne. Der hat mir grad am Sack gestoppert und ist abgehauen. Ja, das... Das wollte mich bei dir nicht wundern. Ja, ja, Paul. Das machst du ein Blitz oder nur? Ja. Äh... Hier, Sonnenschein. Ich seh grad auf Spielersuche zwei Gruppen. Aber ich weiß nicht, ob das eure ist. Ich denk mal nicht. Äh... Hier ist vorgestellt. Nein, 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 nein. Hey, Paul, musst dich einladen. Du musst bei Uplay... Ja, ich hab dann aber nicht... Ich hab dir nicht als Freunde gestoppt. Oder gib Paul bei Uplay ne Anfrage. Wie gesagt, links Shift und F2 gedrückt halten. Dann... Ich klapp bei mir nicht. Links Shift und F2. Robisch. Spielersuche. Alle. Mission, Legende, auch kleine Sachen. Freunde sind. Hier ist ne Gruppe. Bei Shells. Unerforscht. Hey, guck mal! Da hinten ist ein Reiten! Seid ihr in Garment-Distrikt? Wer? Ja, die kannst du auch killen. Ja, das ist... Die Orte sind ja nie... Die sind in Gefolgswahn. Ja, das ist Alpha und Dom Twinkie. Das sind die nicht. Das seid ihr nicht. Jetzt hab ich sie getötet. Ähm... Das ist jetzt scheiße hier. Paul, lad mich doch mal eben ein. Ja, wie denn? Ich hab dich nicht als Freund. Ich drück nochmal Shift und F2. Klappt nicht. Nicht Tab und F2. Shift! Hab ich doch grad gesagt. Shift und F2. Großschreibtaste. Geht nicht. Ach, jetzt geht's. Hm. Einscheinert der Doppelfalschen. Ne, ne, ich hab richtig... Ich nehme euch alle an. Ja, ja. Also auf jeden Fall Vero und Agent Paul. Finden sie den Eingang zur Dark Zone. Hast du auch diese Quest? Was hat denn der hier für ein Problem? Ja, wenn wir ausmucken? Eine Gruppe beitreten. Ja, ich komm zu euch. Moderne Arbeit. Du hör damit. Paul, du hast grad äh... Im Game vor. Machst du bitte... Muten. Achso, ja. Muss ich ja selber machen. Wo geht das? Spielerstum machen. Du musst uns muten. Also du drückst O. Dann hast du die Gruppenverwaltung. Achso, ja, warte. Ich muss eh... Dann gehst du auf uns drauf. Auf unseren Namen. Okay. Und gehst dann auf Stummstahl. Okay, warte meine Freunde. Ich muss jetzt eben noch laden hier. Das dauert. Nee, du machst jetzt gar nichts. Paul. So meine Freunde. Wir müssen jetzt noch eben laden. Bitte schnallen sie sich an. Die Fahrt geht rückwärts. Eine neue Fahrt, eine neue Runde. Auf geht die wilde Fahrt. Meeeeee. Vorsicht bei Einsteigen. Lars hat Wahn. Ich muss mal eben kurz runter. Samira checkt die Mission nicht. Oh, Mensch, mach mir deinen Vibe wieder, ey. Na komm, Lars, wieder gehen wir mal zur Wachsordnung und sind schon zu dem Eingang. Alter, doppelt hört sich scheiße an. Komm Lassi, hopp. Hast schon dein Flügel aufgebaut? Wer hat was aufgebaut? Lars. Achso. Lass. Welchen Flügel denn? Ey, das ist Crashflügel, du musstest doch mit dem Typen noch reden. Ach nö, siehst du mal. Ja. Dann kriegst du nämlich auch die Mission zu diesem Darkzone-Ding. Komm ich überhaupt hier rein, obwohl ich da noch gar nicht erforscht hab? Was sind da überhaupt? 94%. 95%, dann bist du gleich da. Ey, da musst du rein. Und sperre den Taskflügel, ja. Lass ich ja eigentlich mal sagen, dass schon gar keine Lust mehr auf das Spiel hat. So toll ist es jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, warum die hier alle so abgehen da drauf. Boah, lass mal gucken, ich bin gerade angefangen. Ich bilde mir meine meine. Ach Gott, hier steht er vor mir. So, ich bin jetzt hier, wo seid ihr? Ah, wer ist das? Besser schon. Faul! Das sind ja gute Mafia, wo man jetzt weg ist. Kann man ja auch nix machen. So, O drücken. Und dann... Ach da. Wie kann ich das denn jetzt? Drücken. Stumm schalten. Drücken. Stumm schalten. Drücken. Stumm schalten. Ich seid ja schon da mit Wieben ey. Was machst du denn da? Wie geht das? Der musste dir auf die Tasten legen, das geht doch nicht. Achso. Oh Paul ey. Yeah man. Wo ist auch nicht Lars? Äh. Wie ist denn das da oben? Keine Ahnung. Wo ist denn Lars? Paul? Der ist schon nicht. Geheim. Brenner. Du brennst. Hahaha. Würde mich das interessieren, dass ich freden würde. Alter. Geht doch gar nicht, oder? Freddy fire. Ja ne. Du bist ja dann. Boah, jetzt hab ich hier so ein paar Kugeln reingerotzt hier ey. Larsi, wo bist du? Ich hab auch nicht mal, ich hab nicht mal Ahnung wo ich hin muss. JGF-Officier entdeckt. Jetzt möchte mal jemand was fragen. Ja, das möchte ich aber nicht. Da ist Lars. Hallo. Kann man mitmachen, bestätigen. Was ist das? Ah, cool. Bist du ne Frau? Jo. Norman. Hi Baby. Hi Baby. Puppe, heißt das. Hi Püppchen. Ich will das auch, Lars. Warum kannst du das? Wie geht das? Muss ich wieder frei spielen, oder was? Grüß dich meiner. Jo. Headshot. Müssen wir auf Mario warten, oder was? Hey, 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 hey. Kein Stress, ja? Hallo. Alles klar. Pücken wie dich. Dann bleiben wir mir ein. Nein. Doch. Kannst du vergessen, Junge. Lass ihn ja weg. Lass ihn ja weg. Grüß dich mal noch. Was? Kann man hier da oben? Ich mach meinen Frühsport. Kann man eigentlich irgendwie schlagen? Ja. Kannst Maus raddrücken, oder? Ich hab Olade. Du... Oh ja. Oh ja. Das tut gut. Oh, bitte nicht. Nein. Nein. Bitte nicht. Kann man die hier verprügeln? Nein. Was willst du denn immer verprügeln? Oh, das gibt's doch. Das sind seine eigene Leute. Die Burschen, die den Times Square besetzen. Hätt's ja weit gehört. Ich krieg überhaupt die Schnauzieher. Ich glaub, wir gehen mal zu Dark Zone. Keiner. Feukspark kann schon mal die Quest machen. Jo. Ich hab auch nicht mal hier einen Angriff gemacht oder gekämpft. Ich muss auch mal was machen hier. Ich glaub, wir sollten lieber nicht mit Feukspark in die Dark Zone jetzt gehen. Das ist ein bisschen kritisch. Ich bin Level 4. Ich bin Level 7. Die 3 Level glaub ich, macht das nicht aus. Oh, doch. Ach. Also hab ich Skill. Ich bin allein wegen den Waffen. Ich hab Skill. Ich bin allein wegen den Waffen, oder? Ich hab Skill. Fake. Boah, mein Mosk. Boah, mein Mosk. Ey, oben ist ja noch jemand drauf. Ja. Fuck. Ich will den Scheißpark wieder spielen. Weil Främien kann es selber immer noch die Magik spielen. Ja. Ah, da ist er noch. Ne, der Fang. Anderer. Oh, guck mal. Hier ist deine Familie. Ja, Paul. Aber Paul, lass. Ey. Lass den Rattenfänger. Lass den Rattenfänger. Rattenfänger von Shelfy. Ah, du hast gerade Fallskrank. Ja, scheiße. Ich bin immer alle bildet. Alter, ich muss die Steuerung noch, ich muss die Maus-Sensibilität runterwachen. Geht gar nicht. Ey, guck mal da vorne sind ja auch noch ein paar. Ah, da sind noch mehr Ratten. Ich hab's ja gar nicht viel zu verwandelt. Da will ich mir herumstellen, ey. Die sind ja nicht mehr vor uns, merk ich. Irgendwann bist du ein Einmal für die OP für die Scheiß-Kai. Kann man hier was einsammeln von denen? Ja. Ja, wenn was da liegt, ja. Ja. Ach, ich wollte ja mal meinen MG austesten hier. Dieses klinge Mini-Ding. Na ja, stimmt. Na, gibt's ja irgendwo Gegner oder so, die man töten kann? Wir können ja dort hinten mal hingehen lassen, weil das ist die letzte Lütze noch fehlt. Die letzten Lütze. Eigentlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt dazu gekommen bin, weil ich hab ja noch nichts gemacht hier. Ja, schon genug gemacht. Ja. Wir können ja von mir aus die ganzen Quests nochmal auf Schwerdorch spielen. Aber jetzt hast du nur der Anfang so gesehen, ne? Sind nur ein paar Quests hier, ne? Väter, oder? Ja, das wäre. Wir wollten jetzt eigentlich zur Dark Zone gehen, das ist dann alles PVP-Gebiet. P-VP-Gebiet? Ja. Junge, Alter, was sind das für komische Geräusche, ey? Du Redafin. Ja. Renes Mutter. Guck mal, Alter, der SMK ist! Jungen! Ja, ich bin schon Renes Mutter. Du gelassen, ich dachte, der SMK mal, ey. Ja. Junge, das redet aber ganz schön los. Ja. 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 Jacob, ich bin schon viel reiss. Ja. Ja, okay. Ja. Ok. Winklar. Ja. 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 Der ist down, der ist down. Schön schön. Oh, der hat einen Hammer in den Krieg. Ja, oben ist mal einer. Hier ist alles voll gebrannt. Oh! Flammeer, fahr, flammeer, fahr! Oh, der ist down. Nein! Leute, er hilft mir! Junge, Junge! Nein! Ich bin nicht hier! Wer ist down? Boah, da ist noch einer. Wer kann noch schießen? Schießen! Hier! Ich bin vor mir! Ich bin lediglich! Hallo, Paul! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Ach jetzt, ich habe ein Mikrofon die ganze Zeit schon gehabt. Ich wollte sagen, wo ihr seid. Wir sind jetzt hier vorne bei uns. Ich bin gerade so. Könnt ihr mal mit mir reden, das wäre nett. Hallo, hallo! Hast du den Schlüssel noch nicht? Nee. Du? Ach, nee. Hier ist doch was. Nee, nee. Noch eine F. Achso. Ist der scheiß Schlüssel, Alter? Ja, ich habe die neue Sachen. Ich nehme mal die hin. Nee. Ich habe ja keine Munition mehr auf der Straße. Ich habe den Schlüssel. Nee, das ist doch gut. Also, er sagt mir jetzt, finde den Eingang zu. So, guck mal, ich kann den noch machen, was ich wissen will. Oh, endlich hoffen sie, wir müssen weg. Fox-Bahn, du bist da. Ich bin in der Daxe. Ich bin in der Daxe. Ich bin wirklich hier weg. Ja, hau doch ab hier, ich verfrügelte die Duse. Fox-Bahn, wo bist du denn jetzt? Ich bin bei der anderen beiden. Brauchen sie mal Hilfe, ich habe die Zeit. Sind wir in der Daxe? Äh. Ich kann das nicht aufnehmen. Warum? Ach, da hinten seid ihr. Alles klar, ich komme. Ich komme zu euch. Ich kann das nicht aufnehmen. Hm. Komische Kacke. Ich botte mich einfach, ey. Ja, mach doch, Mario. Komm doch einfach, ist doch nicht weit gewesen. Wir laufen jetzt nur noch weiter. Alter, bist du bescheuert? Wir sind voll ins Wack in die Daxe, ey. Das kann ja was werden jetzt hier. So, wo seid ihr? Wir sind da draußen. Wir sind da draußen. Hey. Hallo. Hallo. Ja, genau. Ja, genau. Erstmal in die Brust. Ich bin nur Level 4. Ja, wir sind da draußen. Du levelst aber gleich ganz flott aus. Die Dark Zone ist abgeschottet, und das aus gutem Grund. Ja, vor allem. Ja, ey. Was soll denn jetzt? Was soll denn jetzt? Ich muss so viel aus. Mario, du willst auch, dass es in der Dark Zone eigene Level geht. Okay, ich lauf jetzt grad hier rum, ja. Das ist jetzt die Dark Zone hier, oder was? Ja, guck mal, Lars. Guck mal hier in den Laden. Das ist ein bisschen kranker. Das ist ein bisschen kranker was, ey. Ja, lass schon rein. Was denn? Nicht auch im Bereich betreten. Guck mal in die Waffen, weil er eigentlich in den Laden hier rein ist. Oh. Wir haben aber auch kein Geld dazu. Wir müssen erst einmal in die Neufel rein gehen. Aufhören. Ach, cool. Lass uns auch mit Volkswagen erstmal die Bisschen unterhalten. Ist schwer. Ja, nein, ja, ja. Doch, wir machen das nicht schlecht. Fragen sie nicht, woher das stand. Wir gucken erst mal in die Dark Zone. Welchen Punkt hab ich denn? Fälligkeitskommission. Und bitte jetzt keine andere neue abschieben. Weil Sorgsdank, Sorgsdank, äh, kann nicht hoch genug. Die haben noch nicht genug die Dark Zone. Ja, meine ich nämlich. Ich komm mal zurück, Sorgsdank. Danke. Aber lass mit dir zu keinen Abschied. Ich bin hier noch am Anfang. Dann zeig mir mal die Mission, du hast sie ja schon gemacht. Jetzt müssen wir sowieso zusammen machen. Ja. Das ist das Zeug, das wir brauchen. Ja, dann kommt doch aber zurück. Hm. Kappe. Dahinten. Dahinten. Ist ja nicht verkehrt, ein bisschen zu lupen erstmal. Verstimmt. Komm, lass uns nochmal hier raus. Ja, warte, ich will hier bloß nochmal kurz in die kontaminierte Zone. Ja, mach mal. Geh mal rein, ich und Maui geh schonmal weiter. Ah, muss ja. Erforderlich, äh. Muss man hier was testen. Dark Zone-Rang, da will zählen. Ich glaub, das lernen wir erstmal nicht. Wir müssen erstmal falsch bleiben, bevor wir hier was machen können. Alles klar. Muss man hier mal Einstellung machen. Oh ja, ist gerade geknallt, hast du gehört? Naja. Oh, wie geht's. Mission wählen. Einstellung. Offenbar hier renn ich so Idioten rum, die hier auf denen gleich losballern. Und dann nehm ich so'n Scheiße. Dann alles weg eigentlich, oder? Weiß. Deine ganzen Sachen. Wann? Wenn du getötet wirst hier drin? Nöööööööö. Halt nur die Sachen, die Sachen du gefunden hast, die drin oder nicht zum, äh, dings geschafft. Was? Ich mag das nicht so, wenn die Maus so schnell ist. Nee, den nicht töten darfst, nicht den töten, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Hast du noch einen Weg mit auf der Karte? Ich hab mir den Hund umgestattet. Ich hab mir gerade den Film umgebrochen. Ungekaputtmacher, du Sohn. Das war das erste Mal. Ich hab Punkte, glaub ich. Kann das sein? Warte mal. Ne, meinst du hinterher? Ja, ja, ich bin hinterher. Geht so ein bisschen auf. Du weißt doch schon mal, dass wir da hin teleportieren können. Wie springt man da hier rüber? STRG. Ich teleportier mich da schon mal hin. Also mit STRG machst du eigentlich alles gut. Diese Leiter hochgehen, springen, hochhangeln irgendwo. Guck mal, wir müssen jetzt hier irgendwo... Wo ist der Wegpunkt? Da kommt Lars. Lars kommt drauf. Nee, ich hab mich schon mal hin teleportiert. Hier was. Wie macht man denn diese tollen Zeichen? Muss man die echt als Fähigkeit einwählen oder was? Ja, die musst du... Nee, die musst du ja die auf Tasten legen. Äh... Escape und dann wo? Einstellung. Einstellung? Ganz klein angezeigt, da unten rechts. Äh... Steuerung, Tastenbelegung? Tastenbelegung meinst du? Genau. Achso... Ja... Emotion 1, 2 und 3 erstmal. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Untertitelung des ZDF, 2020